Hallo und Willkommen zurück in Outland. Ja, das rote Herz pochert. Keine Energie, kein Leben mehr da. Aber der Sound stimmte soweit, wie ich das gehört hätte. Also mache ich mal so weiter. Ja, was ist das da hinten? Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Ich weiß ja nicht. Gehen wir erstmal einfach runter. Vergiss nicht, du kannst deine Gegner mit einem Aufwärtshaken killen. Das heißt, nach oben. Oh, schön. Ein super Tipp! Geh doch! Mensch! Du Teil! Okay. Da geht es irgendwie nicht so hoch, nicht direkt. Ne, das klappt nicht. Ui, schön. Das sind doch mal ein paar Boni. Du kannst die Gesundheitsobjekte zerbrechen, um meinen Susi-Blohn zu halten. Aha. Okay. Was ist hier? Die kann ich zerbrechen. Oh! Weil ich die Gesundheit nicht gebraucht habe, gab es halt einen Boni. Gute Idee. So. Da vorne gibt es einen Bonus. Da kommen wir jetzt so nicht ran. Irgendwie konnte man sich doch ducken, genau. Aber dann nicht mehr gehen. Aber ich glaube Sliden oder so. War da nicht irgendwas? Das ist die Map. Oh! Ursprung Initiationsrieten. Mhm, 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 mhm. Okay. Ja, verstehe. Verstehe. Oh Gott, nein. Verstehe gar nichts. Feldkarte. Well, das schauen wir uns dann irgendwann doch mal an. Wie slidet man? Wie ging das? Äh... Ich habe jetzt mal alle Tasten gedrückt. Näääää, neääää. Keine Ahnung. Vielleicht findet man das noch heraus. Vielleicht ist das irgendwas hier noch. Oh! Nice. Die gehen gut und schnell weg. Ich habe jetzt das Herzchen nicht genommen, sondern zerschlagen. Das war nicht mit Absicht. Oh, was macht der auch so mit? Das war zu nehmen, war. Aber ich glaube, irgendwas verpasse ich hier, oder? Oh, das war jetzt so. Wie kommt man hier so hoch? Ah ja. What? Oi! Du kannst mit Runter-Control gleiten, um durch niedrige Lücken zu schlüpfen und Gegner so anzugreifen, dass sie in der Luft geschleudert werden. Ah! Ja! Ja, so. Erlass mich in Ruhe. Oh Gott. Also wenn man hier so dran hängt, kann man sich nicht verteidigen. Das musste ich jetzt schmerzlich erfahren. Nein, 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 nein. Oh Gott sei Dank. Ich hab's aufgenommen. Oh Gott, das ist ja kritisch. Ich bin ein... Mein Gott. So, okay. Ja, der läuft einfach so durch, ohne Schaden zu nehmen. Ganz schön lame, Alter. Ganz schön lame. Ah. Nun, das ist jetzt bei Boni. Ja, herrlich. Wunderbar. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich tue mich noch ein bisschen schwer mit der Steuerung. Das ist also meine eigene Schusseligkeit. Jetzt hab ich sogar M gedrückt anstatt Space. Es ist so ein bisschen ungewohnt, mit beiden Händen jetzt an der Tastatur zu klickern. Eigentlich hat man ja die eine immer an der Maus. Das ist... Einfach, einfach, einfach ein bisschen neu. So. Oh, 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 okay. Aha. Nein, das ist doch wohl nicht zu fassen. Ich seh diese blauen Dinger noch nicht so wirklich als getrogen. Das Herzchen, machen wir weg. Diese Coins da vorne. Ah, da kommt man nicht durch. Okay, wie kommen wir da hoch? Seitlich drauf springen? Das ist ganz schön haarig, ne? So, jetzt vielleicht... Ja, auf mit dir. Ah, okay. Falschschaden gibt's also nicht. Alles gut. Ursprung Scheideweg der Welt. Here we go. So, und das war's für die heutige Folge. In der nächsten geht's weiter. Dann toll, dass du dabei warst. Bis dahin. Ciao. Ciao.